Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Anoshka Laufs Icet. Jetzt haben wir die Küken noch versorgt, Futter gekauft. Das war nötig, denn die fressen viel. Und wir gehen dann gleich nach Haupt zu den Ritterspielen. Da bin ich mal geschwönt. Ich war noch nie dort. Luca war dort. Heute wird es richtig heiß. Jetzt empfinde ich es noch angenehm. Wir sind in Hope. Mal gucken, was da alles so gibt. Oh, guck mal an, das Karussell ist ja cool. Das sind hunderte Jahre. Ja, du da beißt im Himmel sein. Ich kann das auch Kettel da reinmachen. Hahaha. Ich kann mal Schwerte kaufen. Das haben wir schon zu Hause. Vielleicht noch einen Pfeil und Boden für Leon. Wir haben einen Stock Brot gekauft. Probier mal. Es schmeckt lecker. Nach Kräutern. Hier kann man mittelalterliche Kleidung kaufen. Wenn man sowas anzieht, kriegt man 3 Euro Rabatt. Es kostet 10 Euro Eintritt. Und dann kriegt man 3 Euro Rabatt, wenn man mittelalterliche Kleidung anzieht. Ah, der hat eine Rüstung an, ja. Ein Ritter. Hier kann man auch Campe anschauen. Die sind dann auf dem Extraplatz. Und eine Seife habe ich schon gekauft. Mit Teebaumöl und eine mit Oliven. Teebaumöl ist gut für die Haare. Ein Ferkel am Spießdach auch nicht fehlen. Über Feuer gemacht. Ein Schwein. Und Meth gibt es auch. Honig, Wein. Vielleicht später, weil bei der Hitze ist Alkohol nicht so gut. Hier gibt es richtige Schwerter. Ja, aber ich glaube, die sind nicht scharf. Die sind halt zum angucken. Keine Schaft. Alles hier gerade. Das kann ich machen, Schatz. Sowas kriegt Leon, wenn er mitkommt. Das sind Dekorationen. Aber der wollte nicht mit. Am Schaft kann ich schlagen. Ja, das ist zu gefährlich, wenn das ein echtes Schwert wäre. Wenn es ein echtes Schwert wäre, müssten wir bestimmt anmelden. Als Waffe. Ja. Cool, so Kinderhocken. Besser als die aus Plastik. Ja, die sind schön. Ja, so was für ein Garten. Kann hier Bogen schießen. Das sind die Ritterturniere, da muss man Exzellenzia El Principe, aber da muss man die ganze Zeit in der Sonne sein, das wollen wir erstmal nicht machen. Den Fürsten, ich übersetze weiter, ich Sire Edward Duke of Cornwall, dass ich euch nicht gleich jubelvoll Sire Edward Duke of Cornwall. Ich mach jetzt einmal Bogen schießen. Okay. Ich mach jetzt mal Bogen schießen. Sie sind aufgeregt und gerannt. So, einmal hier halten. Jetzt gehen wir noch einen Schritt vor. Mager, oder? Ja, ja, ja. Dann, halt, hoch ist ein Strich. So ziehen. Rechte Ellenbogen nach oben. Rechte Ellenbogen hoch. Jetzt warten wir. Den auch los. Ich bin ein Hörer. Bravo, Jezeza. Brawo, Jezeza. Hallo? 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 Nein, da, los, los. Ich bin ein Hörer. Und die sind jetzt. Ich bin ein Hörer. Ich bin ein Hörer. Nein, nein, nein. Es ist ein Hörer. Ich bin ein Hörer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und da vorne geht es jetzt zu den Turnieren. Der Mittelaltermarkt ist echt schön, es lohnt es auf jeden Fall, dort hinzugehen. Ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat, wir machen uns so langsam auf dem Heimweg. Ich würde mich über ein Like freuen und natürlich auch über ein Abo und dann bis zum nächsten Mal.